Seit ich das Fracted Terra das erste Mal gesehen habe, wollte ich meinen neuen PC daran bauen. Und aufgrund der Größe gestattete sich das nicht ganz so einfach, wie ich es mir gedacht habe. Die gesamte Reise bis zum fertigen Bild erfahrt ihr in diesem Video. CC-Up-Link So einen neuen PC in ein ETX-Gehäuse zu bauen, ist ein kleines Abenteuer. Denn wegen der Größe kann ich nicht einfach ein Motherboard und irgendein Netzteil kaufen. Wirklich alles in diesem Computer musste sorgfältig ausgesucht, penibel geplant und gemessen werden. Doch bevor ich auf meine Planung und Suche eingehe, will ich erstmal die Punkte abstecken, was ich mit dem neuen PC erreichen wollte. 1. Dieser PC ersetzt mein alt mittlerweile in die Jahre gekommener Rechner. Mit dem neuen möchte ich arbeiten und auch gelegentlich zocken. Und zwar auf 1440p. 2. Ich will den PC in Zukunft upgraden können. Alte Systeme wie ARM4 oder aktuelle Intel-Plattformen fallen dabei natürlich raus. Es bleibt also nur ARM5 über. 3. Ich würde gerne mit dem gesamten Computer unter 1500 Euro bleiben. Um mein Ziel zu erreichen, muss ich also ständig Ausschau halten auf gute Angebote. Wie viel ich letztendlich ausgegeben habe, erfährt ihr am Ende des Videos. 4. Ich mag wirklich dieses Case. Ein anderes Case kommt also nicht in Frage, auch wenn es bedeutet, mehr Geld auszugeben und eine Mini-ITX-Steuer auf so ziemlich alles an diesem PC nochmal drauf zu schlagen. Vor allem das schöne Holzpanel aus Walnuss oder der schöne matte Look von Jade hat mich von diesem Case überzeugt. Mit diesem Hauptziel im Kopf bin ich in die Welt der PC-Builds abgetaucht. Und habe mich über die beste Konfiguration informiert, Nutzererfahrungen zu dem Case gelesen, Videos vom Zusammenbau geschaut, auf der Webseite PC-Partbaker fertige Builds angesehen und auf Reddit-Threads zu den Terra durchstöbert. Dabei habe ich versucht zu identifizieren, was die größten Probleme sind, die ich hoffentlich alle im Voraus lösen kann. Am meisten wurde bemängelt, dass der PC schnell warm läuft. Vor allem, wenn eine power-hungrige CPU da drinne läuft und eine fette Grafikkarte, dann bleibt natürlich kein Platz mehr für einen extra Lüfter übrig. Wenig überraschend, denn das Case hat gerade mal ein Volumen von insgesamt 10,4 Liter. Um also allen Bedürfnissen gerecht zu werden und den vorhandenen Platz möglichst effizient auszunutzen, hat sich Fractal etwas Cleveres ausgedacht. Es gibt eine verstellbare Mittelschiene, an der später das Netzteil und das Motherboard montiert wird. Auf der anderen Seite landet dann die Grafikkarte. So kann jeder selbst entscheiden, ob man nun eine große Grafikkarte und einen kleinen CPU-Lüfter haben möchte oder einen großen Lüfter und eine schmale Grafikkarte. Wenn ich also die CPU kühl halten will und nicht die gleichen Probleme bekommen möchte, muss ich ein CPU-freundliches Setup benutzen. Das habe ich in meinem finalen Build auch getan und die Mittelschiene auf 2 gestellt. So habe ich genug Platz für einen großen Lüfter, der meine CPU möglichst leise kühlt, denn der PC steht auf meinem Tisch und ich möchte keine nervig laute Maschine haben. Ich will auch nicht, wie viele andere Arme sehen, meine CPU drosseln. Das wäre irgendwie doof. Das bedeutet aber auch, dass ich nur eine Grafikkarte benutzen kann, die eine Breite von maximal 2 Slots hat und auch nicht zu breit ist, sonst stößt sie oben gegen die Decke des Gehäuses. Bevor es weitergeht, eine kurze Werbeunterbrechung. Dieses Video wird gesponsert von CyberGhost, einem führenden VPN-Anbieter mit Millionen Usern weltweit und mehr als 15.000 Bewertungen auf Trustpilot. CyberGhost VPN schützt nicht nur eure Privatsphäre und eure Sicherheit, sondern hat auch noch andere Vorteile. Ihr könnt zum Beispiel virtuell euren Standort ändern, um bei über 40 Streaming-Anbietern andere Inhalte zu sehen, zum Beispiel bei Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+. CyberGhost bietet 9.500 schnelle Server in 100 Ländern. Bis zu sieben Geräte könnt ihr mit einem Abo gleichzeitig im VPN nutzen. Unter https.doppel-slash-cyberghost-vpn.com-slash-ct-uplink bekommt ihr 83% auf das Zwei-Jahres-Abo. Ihr zahlt damit im Monat nur 2,03 Euro und bekommt vier Monate kostenlos dazu. Und das ohne Risiko. Ihr habt nämlich eine 45-tägige Geld-Zurück-Garantie und einen deutschsprachigen Kundendienst, der 24-7 erreichbar ist. Nochmal die URL. https.doppel-slash-cyberghost-vpn.com-slash-ct-uplink Damit stand jetzt also ein Großteil meiner Entscheidungen fest. Jetzt musste ich nur noch die geeigneten Teile raussagen. Die Webseite PC Part Picker hilft mir dabei, einen PC zusammenzustellen, dessen Bauteile auch wirklich zusammenpassen. Dort habe ich einfach meinen Case ausgesucht und weil das Volumen und die Größe in der Datenbank hinterlegt sind, zeigt er mir nur noch Teile an, die mit dem Case kompatibel sind. Also zum Beispiel nur noch SFX und SFX-L-Netzteile sowie Mini-IDX-Motherboards. Da ich als Plattform AM5 ausgewählt habe, wähle ich als CPU die Ryzen 9 7600. So halte ich mir die Option frei, irgendwann mal auf die doppelt so teure 7800X 3D zu wechseln. Als nächstes brauche ich ein Motherboard und die Auswahl ist für AM5 leider unglaublich dünn. Ich wollte gerne Bluetooth und WLAN haben, sowie einen besseren Chips als B650. Als Motherboard suchte ich mir das Gigabyte B650i-AX aus. Das war ein bisschen riskanter, denn zu dem Zeitpunkt war das Motherboard frisch auf dem Markt und nirgendwo gab es eine Kritik dazu. Die Alternative wäre aber gewesen, sehr viel mehr Geld auszugeben und das Risiko bin ich eingegangen. Glücklicherweise hat aber alles geklappt und über ein Aber denke ich jetzt auch nicht mehr nach. In den RAM habe ich ehrlich gesagt nicht viel Arbeit reingesteckt. Mir war nur wirklich wichtig, dass es 32 GB hat und möglichst klein ausfällt, weil der von mir ausgesuchte CPU-Lüfter AXP120-X67 von Thermalright über den RAM ragt. Da PC Partpicker von dem Worst Case ausgeht, schlägt er den Lüfter gar nicht mal vor, weil er glaubt, er passt nicht ins Gehäuse. Das tut er aber, dann bleiben gerade mal ein paar Millimeter Platz, aber er passt rein. Zumindest, solange man auch eine schmale Grafikkarte verwendet. Den beiliegenden Lüfter habe ich übrigens noch gegen einen 12mm breiten Noctuaus getauscht, weil ich mehrfach gelesen habe, dass dieser leiser dreht als der von Thermalright. Als Speichermedium habe ich mich für eine NVMe SSD mit 2 TB entschieden. Ich habe lange zwischen einer WD-Black SN58X und einer Samsung 970 EVO 980 oder 990 Pro geschmankt. Welche auch immer davon ich am günstigsten bekomme, wird die SSD meines PCs sein. Und das war am Ende die 990 Pro mit Kühlkörper, die ich besonders günstig bekommen habe. Ich habe mich lange mit der Wahl der richtigen Grafikkarte beschäftigt, denn ich wollte für mein Geld möglichst viel bekommen, vor allem, wenn ich schon wegen der kleinen Größe so viel mehr darauf zahlen muss. Zu Beginn dachte ich an eine 6700 XT, die von manchen als Preis-Leistungs-Wunder bezeichnet wird. Und an der Stelle kam der Nerd aus mir raus. Und ich wollte tatsächlich mit Zahlen herausbekommen, was denn die beste Grafikkarte für mein Geld ist. Dazu habe ich die Seite techpowerup.com zurate gezogen. Sie erhält eine Art allgemeine kalkulierte Performance und die Maße aller verfügbaren Grafikkarten, was mir bei meiner Auswahl der geeigneten Grafikkarte sehr geholfen hat. Danach habe ich eine Tabelle mit Grafikkarten angelegt, die alle in dem Performance-Bereich rund um die 6700 XT liegen. Da ich die Grafikkarte in einer guten Kondition auf dem Gebrauchmarkt kaufen wollte, recherchierte ich die üblichen Preise und trug sie in einer weiteren Spalte daneben ein. Abschließend berechnete ich den Preis pro Performance und hatte damit eine Liste der besten Grafikkarten für mein Geld. Letztendlich entschied ich mich für die 3070 Farners Edition, die eine sehr gute eigene Kühlung besitzt, in zwei Slots hineinpasst und weder zu breit noch zu hoch ist. So manch einer wird jetzt sagen, das ist eine alte Grafikkarte. Aber um ehrlich zu sein, ich kann sie immer noch irgendwann gegen eine dann günstiger gewordene 4070 oder so austauschen. Und für meine Zwecke reicht die Leistung der 3070 völlig aus. Fehlt jetzt nur noch ein Netzteil. Durch PC Partpacker wusste ich, dass mein Setup einen maximalen Verbrauch von ungefähr 350 Watt haben wird. Um also ein bisschen Puffer zu haben, entschied ich mich dazu, ein 500 Watt SFXL Netzteil von BeQuiet zu kaufen. Das Kabelmanagement ist zwar dann ein wenig frickelig, weil das Netzteil ein Stück länger ausfällt als das normale SFX Netzteil, aber es passt tatsächlich alles rein. Ansonsten lief der Zusammenbau überraschend problemlos ab. Die Kabel vom Netzteil konnte ich übrigens mit den mitgelieferten Kabelbindern von Fractal ganz einfach am Gehäuseboden und den Seitenwinden befestigen. Das funktionierte wirklich gut. Das Einzige, was ich als störend empfand, aber eigentlich kosmetischer Natur ist, sind die Kratzer, die durch das Verstellen der Mittelschiene oben am Rahmen entstanden sind. Auch das Motherboard funktionierte zu meiner Erleichterung einwandfrei. Gleich beim ersten Boot lief der PC wie am Schnürchen. Lediglich bei der Installation von Windows 11 monierte er, dass angeblich kein TPM 2.0 vorhanden wäre. Aber mit einem Flash des BIOS auf eine neuere Version war das Problem beseitigt und die Installation lief super durch. Abgesehen davon habe ich nicht wirklich viel mehr an den Einstellungen verändert. Ich habe lediglich XMP für den RAM und den Fastboot aktiviert. Jetzt startet der PC in etwa 12 bis 15 Sekunden. Mein Zusammenbau ist mittlerweile bald drei Monate her und ich nutze den Rechner fast täglich und Probleme habe ich bisher glücklicherweise keine gehabt. Den CPU-Lüfter muss ich noch nachjustieren, denn man kann ihn hören, was sicherlich den ein oder anderen stören könnte. Aber da ich die meiste Zeit Kopfhörer am PC trage, nervt mich das Geräusch bisher noch nicht. Dank der guten Passivküllung der 3070 springen die Lüfter beim normalen Arbeiten mit zwei Bildschirmen nicht an. Zumindest solange ich keine Spiele zocke oder rechenintensive Aufgaben erledige. Weil ich weiß, dass euch die Temperaturen des PCs interessieren, habe ich sie für euch mit dem Tool Hardware Info gemessen. Unter normaler Last bleibt die CPU bei etwa 48, 49 Grad, was zwar nach viel klingend, aber bei der neuen ARM 5 Generation völlig in Ordnung ist. In Cinebench 2024 schneidet die CPU mit 812 Punkten grundsolide ab. Sie ist sogar ein bisschen besser als ein M1 Max. Apropos Spiele. In der Hinsicht habe ich die 3070 nicht enttäuscht. Ich war zwischendrin ein wenig wegen des 8GB Speichers besorgt, aber Spiele wie Red Dead Redemption 2 schafft der PC locker auf Ultra. Und das sogar in 1440p. Und mehr verlange ich eigentlich auch gar nicht. Einzig das Riser-Kabel oben am Gehäuse wird beim Zocken merklich warm. Und damit ihr auch noch ein Benchmark-Ergebnis der Grafikkarte habt, in dem Tool Formark erreicht die Grafikkarte bei 1440p insgesamt 6733 Punkte. Wenn ich also auf meine eingangs beschriebenen Ziele blicke, kann ich gutensgewissens sagen, dass ich Punkt 1 als erfüllt ansehen würde. Punkt 2 kann ich im Grunde eigentlich auch abhaken. Denn mit der Möglichkeit mal die CPU auf die 7800x3D und die Grafikkarte auf ein neueres Modell aufzustufen, halte ich mir einige Optionen frei für Upgrades. Der Rest des Bildes ist grundsolide und sollte mir die nächsten Jahre gute Dienste leisten können. Und da ich das Fractal Terror verwendet habe, kann ich auch schon mal Punkt 4 vorweg nehmen und diesen ebenfalls abhaken. Bleibt also nur noch die Frage, wie viel hat mich das alles eigentlich gekostet? Fast alle Sachen für den PC habe ich in einem Zeitraum von etwa 6 Wochen im Angebot gekauft. Alles von meinem eigenen Geld. Für das Case habe ich 172 Euro gezahlt. Die CPU hat mich 179 Euro gekostet. Der RAM 116 Euro. Das Netzteil 100 Euro. Das Mainboard 200 Euro. Der CPU-Lüfter 40 plus 20 für den Noctur-Lüfter. Und besonders glücklich bin ich mit dem Kauf der SSD und der Grafikkarte. Die Grafikkarte habe ich gebraucht bei einem Händler gekauft, der sie erst seit ein paar Monaten hatte und nur zum Testen von neu gebauten PCs genutzt hat. Ich habe immer noch Garantie auf sie und die hat mich gerade mal 325 Euro gekostet. Die SSD-Preise gehen mittlerweile ziemlich durch die Decke. Aber im Januar konnte ich die 990 Pro noch für 120 Euro schießen, was eine Summe von insgesamt 1272 Euro ergibt. Also weit heute meiner gesetzten Grenze. Den Punkt kann ich also auch abhaken. Natürlich hätte der PC auch unter 1000 Euro kosten können, wenn ich ein größeres Case wie das Fractal North ausgesucht hätte. Dann wäre zum Beispiel das Motherboard, das Netzteil und das Case nicht so teuer ausgefallen und man hätte das Geld für eine bessere Grafikkarte über. Nur so als Tipp, falls jemand mein Bild nachmachen möchte. Das war mehr oder minder mein Abenteuer mit dem Rechner. Natürlich kann ich jetzt kaum wochenlange Recherche und kleinere Faces hier alle im Detail schildern, aber ich denke, die wichtigsten Sachen sollte ich alle erwähnt haben. Wenn euch noch irgendwas brennend interessiert, lasst gerne einen Kommentar da. Ich werde zeitnah darauf antworten. Zusammenfassend kann ich eigentlich nur sagen, dass ich wirklich glücklich mit diesem Bild bin. Und für die schöne Ästhetik auf meinem Schreibtisch war es mir das auf jeden Fall wert. Oh, fuck. Fuck!